Moin Moin Leute heute haben wir Donnerstag den 29.09.2011 und ich fahr jetzt mit meiner Frau in die Stadt ein bisschen einkaufen Aurich Innenstadt und so werde ich vielleicht ein paar Aufnahmen machen können Marktplatz Aurich dazu noch ein paar Minuten – Sitzung in der Mitte – Ich bin Badgelehr DVD Ich bin Badgelehr – Ich bin Badgelehr – Im Badgelehr – Und ich bin Badgelehr Vielen Dank. Aureg, Fußgängerzone, Richtung Pferdemarkt. Espresso Tassen gibt es hier auch. Die gibt es auch als Kaffeetassen. Tolle Blechschilder für meinen Schuppen, aber leider etwas teuer. Du magst alle Naurich. Das war's. Das war's. Das war's. Kaffee Wir sehen uns beim nächsten Mal. so der einkauf ist erledigt wir sind wieder zu hause menge geld ausgegeben naja muss man halt haben nach dem einkaufen dann gibt es mal ein espresso von unserer schönen tasimo nö was ist auch heute scheint in ostfriesland wieder die sonne keine wolke am himmel richtig tolles geiles wetter ja bei dem tollen wetter werden wir heute nachmittag hier beim gartenhaus etwas grillen ja und danach fahren wir so gegen sieben mit dem fahrrad nach aurich ins kino da kommt ja wiki und die wikinger oder so ähnlich das möchte meine frau gerne sehen in 3d sogar ja mal sehen wir haben auch zwei neue abonnenten zu begrüßen einmal the true seno der macht videos über minecraft ich bin jetzt nicht so der gamer aber minecraft würde mich schon mal interessieren ja und dann noch meister clip auch ein sehr interessanter kanal er macht videos über berlin und so also leute schaut mal rein ich verlinke die beiden unten in der video beschreibung und bedanke mich natürlich auch fürs abo ja da möchte ich mich noch bei einhard bedanken element auf art er hat mich in seinen letzten vlog erwähnt über unsere kastanien ernte ich weiß noch gar nicht was ich damit machen soll aber wird mir auch wieder was zu einfallen ältere leute packen sich ja immer so ein zwei stück in die tasche und glauben dadurch würden sie keinen räumer kriegen ja beim einkaufen waren wir auch im baumarkt drin und da habe ich mir noch ein paar platten geholt hier sperrholzplatten sägeblätter für die dekupiersäge noch ein bisschen holzleim weil mein anderes ist alle und hier fräsbohrer ganzes set hat glaube ich um die fünf euro gekostet so richtig schön im holzkistchen also ich sag mal so für eine billigmarke schön gut verpackt ich glaube leider nicht dass ich die nächsten tage noch ein vlog machen kann also die nächsten drei tage weil wir fahren nach hannover zu unserem sohn wir kommen erst den sonntag wieder und ich glaube nicht dass da irgendwie was läuft ja samstags immer noch in hannover in der innenstadt mal sehen ob da irgendwie was zu machen ist werden wir sehen ja dann wünsche ich euch allen noch ein schönes wochenende danke fürs zuschauen und ich würde sagen bis die tage tschüss ja auch wieder kein ich wurde bei meinem ja noch noch ich weiß jetzt nicht ob ich den nächsten zwei ja morgen fahre ich mit frauchen morgen wollen wir zusammen nein